Mist, ich wollte eigentlich aufs Box springen. Jetzt gelandet. Alter, wieso springt er so weit weg? Hier und jetzt. Hopp. Oh, ich bin auf dem Bett. Ein gepolter da drüben. So Boyle, jetzt musst du hier hochrennen. Die schräger. Oioioi. Da schießt einer auf dich, oder? Wer kommt hoch? Ich glaube. Ich glaube ohne Granate. Oh, die kommen zu mir. Alles gut. Ey, Boyle. Ich muss mich heilen Leute, ach ich bin tot, scheiße Ich bin tot Oh jetzt hab ich da oben gehend und die Mauer geworfen, man wer hat die die Säcke hingestellt Ok Beutel, da warten wir Scheiße, Benji hat es zerrissen Sexy, lexy Macht aber trotzdem weiter den Rest einfach Ich kann ja mal versuchen dein Zeug schon mal zu nehmen Klappen Klappen Soll ich mal eine spontane Granate reinfeuern Mach das Die Granate scheint da drinnen ein Tänzchen vollführt zu haben Ich bin Oh hier steht er noch Wo? Ich bin nicht Zwei, ja? Das ist ein Skiff Das ist ein Skiff Ich hab grad gesehen, wir liegen zwei Tote Da Bist du das? Ich laufe hier unten vor der Hütte rum Da schießt einer auf mich Der steht unten auf der Straße Wir haben eine Granate Wir haben eine Granate Alter Das ist unsere Pisshalle, ne? Das ist unsere Pisshalle, ne? Ich krieg mal vorbei Ja Ja Das ist unsere Pisshalle Das ist unsere Pisshalle Das ist unsere Pisshalle Ja Geht's dir? Ich hab ihn Gut Super Oh, ich mich erschrocken Ich dachte erst der Dümpel draußen rum, der Trops Warte, ich gucke nochmal nicht, dass hier noch einer ist Hm Also im Schub ist keiner Okay, das war Matze, wie hoch hast du deinen Metabolismus? 20? 23 23, mhm Ich bin grad auf 13 Ich muss mehr fressen und saufen im Raid Das ist wie im Leben Ich esse und trinke sehr gern Das Trim ist begeistert bestimmt Das Trim kocht überverfreuter Hm Wo bist du gespawnt? Äh In einer Sandkugel hier, wo ich da bin In einer Sandkugel? Ja Und jetzt direkt neben mir halt die Strommäste Okay, ich weiß Also ich denke, ich weiß, wo du bist Er ist nach vorne gespawnt Schon fast ab beim Musikcamp Ach, ich bin ein Idiot Wieso? Ich hatte gar keine Kopfhörer auf Aber warum war denn dann der Regen trotzdem so laut? Okay, dann muss ich mich auf eure Ohren verlassen, Leute Da hab ich denn keine Kopfhörer auf Ich knall ihn gleich ab, wenn man drin ist in Bench Ich mach dir keine Sorgen Mit sowas kannst du nicht arbeiten Im nächsten Raid setz ich mir mal tatsächlich auch Kopfhörer auf Wenn ich fies wäre, würde ich sagen, unten eine Brille Oh, Beutel Oh, Beutel Den G lacht Ich setz mir gleich mein teures Nachtsichtgerät auf Dann seh ich euch auch Dann darf ich aber nicht sterben Dann müsst ihr dafür sorgen, dass ich am Leben bleibe Ah Da unten ist jemand Genau unter uns Ehrlich? Ich hab ihn nicht gesehen Ah Ich hab auch grad keinen Ziel Der ist da zwischen den Bäumen Weißt du, ich wissen schon Direkt Da läuft er, da läuft er Siehst ihn? Ne, wo läuft er? Richtung Lager oder was? Nach links, nach links, nach links Ah ja Auf der Straße Geh jetzt hier Geh runter Nein Ich ging den Baum geworfen Die scheiß Granate Er ist hinten nach hinten am Strom Ich geh rechts Ok, ich geh links Oh Mann Ich hab auch ne Granate, Matze Achtung Ok Ich glaube, er war schon etwas angegangen Weil ich hab ihm glaube schon eine gegeben Ich hab auch nicht eingezwirbelt Dann müssen wir mal raschen, ne? Der sich verpisst oder sei er verreckt? Sehr schön Sehr schön Sehr schön Ich dachte mir noch, da ist doch was schwarzes Was? Ach, das war ne arme Sau Ich bin vom Erdbooten verschluckt Und drei Motoren rausgeschleppt Das ist richtig geil Da brauch ich mich darum schon nicht mal kümmern Brauchst du die für ne Quest Oder willst du die bloß verkloppen? Ich glaub ich brauch die fürs Hideout Vier Stück brauchte ich da Habst du das überhaupt für ne Quest Ey, was ist denn hier? Wieso? Hä? Ey, wieso geh ich nicht raus, Alter? Willst du mich verkackeiern? Das hatte ich dort aber schon mal Du musst nochmal aus dem Bereich raus Und nochmal rein, dann geht's Ich liege hier wie im Sommernachtsparadies, Junge So, jetzt komm wir Jetzt müsstest du uns langsam hören Ich komm den Berg hoch Also wenn ihr jetzt auch ne Explosion gehört habt? Ne Doch, jetzt hab ich ne Explosion gehört Bist du auch bei uns im Spiel, sag mal Wie heißt dein Surfer? Unten links? Unten links 0, 12, 11 Ok, ne, ne nicht die Zahl Hinten bloß da ist der Strich Und dann stehen vier Zeichen J, L, A, V J, L, A, V? Ja Wir haben J, L, V Ach du bist auf nem ganz anderem Surfer Oh man Das hab ich ja noch nie gehabt Ich auch nicht Was ist da passiert? Keine Magazine Ja, ludgeilen Schweine Und ich hab für dich geguckt Achso, danke Bitte, bitte Bist du Rüscher Gumbel Danke Auf der Tastatur gekotzt Ich hab ja hier noch die Weste Ich kann ja hier alles in die Weste räumen Moin 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 Günder Grüß dich Moin Gündi Was geht? Hier vorne, der weiße Bauer gehört uns In den weißen Bauer Der kalte Bauer Willst du hier rein, ja? Wo müssen wir die installieren? Äh, direkt am See Nö Hm Flut mal runter, hey Ich komm mit, hey Hey Ich loot das Tafelback, hey Pass auf, rutscht nicht raus da unten, hey So, ich mach Mach drüben hier, äh Scheiße Was? Es sind Schritte, von rechts Es sind Schritte Da ist schon jemand im Generator Raum Was ist denn so ne Solarstation? Oh, 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 von oben Von oben, vom Berg Hat's ja Ja Was für ein scheiß Schütze, alter Ja, total Ja, total Er hat halt nicht mal jeden Schuss getroffen Ne Ja, wir können eigentlich rüberrennen, oder? Irgendwie wird er hier raus, ja Ja Auch vielleicht wird er ja kämpfen Ähm, seid ihr jetzt beide schon? Wir sind, wir sind wieder im großen Gang Wir sind raus wieder Ich komm, hey Im großen Gang Ja Passt mal zur Ersten Ja? Passt Scheiße Was war das? Jo, Steps, glaub ich Ja Das ist plankig Ich hab noch nicht geschossen, weil der blaue das Band hatte Achso, wo war der? Hat der auf der Materleiter Vorne oder hinten? Hinten Vegan, Militia Also das warst nicht du Ich dachte, das wärst du gewesen, weil der auch so eine RPK hat oder was? Ich hab ihn abgeknallt Super Super Oh Alter Schwede hab ich mich erschrocken Alter Schwede hab ich mich erschrocken Oh, leg mich am Arsch Ich zeig dir mal Einen geheimen Geheimweg Du wirst mich bestaunen Ist der, wo man so viel springen muss? Mist, jetzt kenn er den schon Da hab ich mal eine ordentliche Flugstunde eingelegt hier Da bin ich oben Weil ich Hier über den letzten Ey, nein Es Nein Alter Schwede Ey Kaum sagst es Dann macht er hier wieder seinen Flugunterricht Alter, willst du mich verarschen? Ich hab mich schon auf der anderen Seite wieder runterfliegen gesehen Alter Du hast einen Barbier gefunden Wer ist? Nö Apropos Barbier Ich müsste mich auch mal wieder Ich müsste mir auch mal wieder die Haare scheren Mach ich ja immer selber Sieht zwar dann aus wie Huf Naja egal Mich sieht doch eh keiner Weil ich sitze eh in der Bude den ganzen Tag Aber ich spare 12 Euro Ich bezahl doch Für meine drei Haare ja keine keine 12 Euro mehr, alter Es wird nicht besser sozusagen Selbst wenn es der Fachmann macht Ist auch noch zu Hm Hier ist schon gelootet Hier war schon jemand Und da ist er noch hier Ja Ja, der ist oben an der Treppe Genau an der Treppe Ok, bist du tot? Hm Ich hab weiter genau ins Gelände reingeballert Ja 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 Au Bis zum nächsten Mal.